Hallo und herzlich willkommen zurück zu dem zweiten Teil von The Last Remand, unserem angespielt Spiel. Wir sind hier in dieser Höhle. In der letzten Folge haben wir erfahren, dass Rush seine Schwester sucht, dass die entführt worden ist und er sucht sie jetzt hat und ist auf diesen Kontinent gekommen und hat ein großes Schlachtfeld erlebt gehabt. Infolgedessen sind wir hier in diese Höhle reingefallen und müssen den Ausgang suchen. Na, da vorne steht Emma. Mit der können wir auch reden. Das machen wir doch gleich mal. Was ist das? Es ist ein Schatz, eine Art Artefakt. Es gibt recht viele von ihnen. Artefakt, hm? Da könnten eine ganze Menge Dinge drin sein. Finde es heraus. Binde es. Äh, binden? Was meinst du damit? Du musst ein Artefakt binden, um es zu benutzen. Steck einfach deine Hand aus und bitte es dir zu zeigen, was in deinem Inneren steckt. Es ist so einfach, dass sogar du es tun kannst, solange niemand anderes es zuvor gebunden hat. So, hier haben wir einen Schatz. Äh, ein Breitschwert. Äh, gewöhnliches Breitschwert, berühmt für seine Doppelschneide. Typ, Klinge, Schwert, Größe, Mittel. Ähm, Modifikator ist Stich. Okay, das ist, denke ich, auch klar. Bei einem Schwert, dass es, äh, ja, Dings ist. Äh, da, mit diesem Schwert würde unsere Angriffskraft hoch, auf 19 hochgehen, Abwehr auf 5. Unsere Mystic auf 19 und Mystic-Abwehr auf, äh, auf 6. Dann würde ich sagen, nehmen wir das mit. Ein Schwert, hm? Ich denke, du kannst es behalten. Damit wirst du nicht ganz so nutzlos sein. Ja, die ist ziemlich eiskalt, finde ich. So, rüste die, rüste etwas in die Haupthand aus. Jetzt können wir uns raussuchen hier. Äh, hier sehen wir aus, Ausrüstung ändern. Dann unsere Haupthand, Nebenhand, Accessoire 1 und 2 und Spezial-Talisman. Ein Talisman in Form einer Halskette. Ein mysteriöses, mysteriöses Muster ist eingraviert. Da haben wir auch unsere Stärke, Intellekt, Schnelligkeit, Mut, also unsere Sachen. Äh, Company von Rush. Wir sind natürlich jetzt gerade allein. Ne, mit Emma noch zusammen. Lebenspunkte 288, AP plus 5. Und, ja, Dings. Dann würde ich sagen, ähm... Los rüsten wir das Ding doch aus. Hier können wir auch... Brecher, Stangen, Schilder. Ah ja, genau, so können wir das verschiedene Sachen ausrüsten. Im Moment haben wir ja natürlich nur dieses eine Teil. Und zwar dieses Streitschwert. Und das rüsten wir doch gleich mal aus. Okay. Hier können wir das Gruppenmenü öffnen. Und dann können wir die Dings speichern. Können wir auch, okay. Gehen wir einfach mal rein. Hier können wir Rush-Ausrüstung machen. Da sind wir jetzt da, wo wir eben waren. Und wir können unsere Gruppenmitglieder anschauen. Im Moment ist nur Ding hier. Kampferbände 1, maximal 1, Kampferbände 2. Okay, das sind viele, viele Daten. Hier sehen wir ihre Attribute, Stärke und so weiter. Sie ist zweihändig ausgerüstet. Angriff, ja, sieht man ja. Können wir unseren Ausrüstung anzeigen. Emmas Langschwert, ein Langschwert, das von Emma benutzt wird. Nicht so stark wie ein gewöhnlicher Schwert, aber dafür extrem leicht. Oder den Degen, ein Degen, der von Emma benutzt wird. Nicht so stark wie ein gewöhnlicher Schwert, aber dafür extrem leicht. Und noch ein Amulett, das die AP erhöht. Ja, so sieht das Inventar eigentlich aus. Dann haben wir noch Kampfstähle. Aktueller Kampfstähle ist Einhänder. Kampfstähle können wir jetzt aussuchen. Ein Kampfstähle, bei dem ein einzelnes Schwert mit der Hand geführt wird. Oder Kraft-Stehgriff gibt's. Ah, das sind die, wo wir haben können. Ähm. Ah, nee. Aktueller. Ah, okay, okay, okay. Ein Kampfstähle, bei dem ein einzelnes Schwert in der Hand geführt wird. Zweihand. Ein mit den beiden Dings geführt wird. Oder der ist ein Kraftangriff. Aktueller Kampfstähle lassen wir mal auf Zweihand. Künste anzeigen. Das sind das, was sie alles kann. Äh, Moment. Ganz klar komme ich noch nicht mit der Steuerung, aber das kommt noch mit der Zeit. Ja, Einhänder haben wir den Beinspalter. Zweihand haben wir Teufelsband. Heilzauber gibt's. Also, ihre mystischen Künste sind, äh, kann sie einen stärken. Okay. Was kann er eigentlich machen? Er hat Itemkünste, Stärkungskraut. Okay. Dann können wir natürlich noch das Inventar anschauen. Ausrüstung haben wir nix. Wir, da haben wir alles überhaupt nix. Wir haben nur spezielle Items. Eine Kräuterformel. Ein Rezept, das die Formel für die Items-Kunst-Kräuter enthält. Nahkampfhaltung. Eine Schriftrolle zum Erlernen der Formation Nahkampfhaltung. Und Fall von Atlum. Eine Schriftrolle zum Erlernen der Formation von Atlum. Okay. Dann hätte ich gesagt, gehen wir mal weiter. Äh, das ist Pause. Ja, genau, so kommt man hier rein. Und dann kann man auch noch speichern und das Spiel verlassen. Okay. Jetzt können wir wieder mit ihr reden. Da ist ein Gegner, wie es aussieht. Jetzt können wir diese Taste drücken, um ein Monster innerhalb einer bestimmten Reichweite zum Angreifen, also das war ein Monster innerhalb einer bestimmten Weise angreifen werden, äh, angreifen können. Monster mit diesem Punkt-Punkt-Punkt-Symbol über ihren Köpfen sind nah genug, um angegriffen werden zu können. Wenn dich Monster im Feld angreifen, bevor du sie angreifen konntest, befindest du dich eindeutig im Nachteil in der folgenden Schlacht. Sei gewarnt. Sprich, wenn wir sie angreifen, bevor sie uns entdecken, bekommen wir einen Bonus drauf. Ansonsten mal los. Verdammt, sie haben uns bemerkt. Ich dachte, ich hätte dir gesagt, du sollst angreifen. Äh, war man noch zu weit entfernt? Es war doch so ein Punkt-Punkt-Punkt-Punkt, oder man hätte so ein rotes Ding sein müssen. Naja, egal. Let's do this. Ah. Verdammt, sie sind so nah. Ah, okay. Jetzt können wir es so angreifen, okay. Ich verstehe, wir müssen, wir waren zu weit entfernt noch. So, und jetzt wird nochmal genauer erklärt, wie das mit der Schlacht abgeht. Jede Instanz, die an der Schlacht teilnimmt, wird als Einheit bezeichnet. Diese Einheiten sind in Gruppen organisiert, die Verbände heißen. In der Schlacht wirst du alliierte Verbände in groß angelegten Angriffen anführen. Die einzelnen Anweisungen, die du geben kannst, nennen sich Kampfbefehle. Oben rechts am Bildschirm befindet sich eine Schlacht-Navigationskarte, die alle in der Schlacht befindlichen Verbände anzeigt. Verfügbare Kampfbefehle hängen von Faktoren wie der Position und Zusammensetzung von eigenen und gegnerischen Truppen ab. Behalte diese Faktoren im Auge und gibst die entsprechenden Kampfbefehle. So, Kampfbefehle. Durch das Drücken von rechts, links wählt Ziele aus, mit den hoch-rundern Kampfbefehle gewählt werden. Das Drücken von X zeigt den Status der Einheiten der momentanen Verbands an. Du kannst die Aktionen und alle Statusveränderungen überprüfen. So, da haben wir unseren Kampfverband. Wenn ich jetzt X drücke, sehen wir, was die zwei machen würden. Hier würde Angriff einfach nur einen Angriff machen, also beide einen Angriff. Hier würden wir Angriff und Beinspalter machen, also Emma würde einen Beinspalter machen. Und improvisiert ist, gibt allen Einheiten Handlungsfreiheit, das heißt, sie machen, was sie wollen. Wir haben diese zwei Ziele und ich würde sagen, wir gehen mal gegen die zwei, aber mit Kampfkünsten gehen wir dann vor. Autsch. Gegner vernichtet. Blockade. So. Blockade. Wenn Verbände im Nahkampf gestellt werden, nennt man dies Blockade. In diesen Situationen müssen beide Seiten so lange kämpfen, bis nur noch eine übrig ist. Während einer Blockade ist das Zielen beeinträchtigt. Nur benachbarte Verbände können anvisiert werden. Wenn neue Ziele in benachbarten Verbänden anvisiert werden, können bestimmte Befehle die Blockade aufheben. Wenn die Blockade aufgehoben, wird die Blockade aufgehoben, hat der gegnerische Verband einen freien Angriff. Ein solcher Zug will also gut überlegt sein. Ist klar. Wir sind ja im Gefecht von dem hier. So, hier haben wir neue Sachen, wie Greift an, während Mystische zur Erholung LP hochhalten. Das heißt, wir würden uns stärken. Das würde ich sagen, machen wir doch mal. Halt zusammen! Sehr schön. Und in diesem Fall machen wir doch jetzt einfach mal einen ganz normalen Angriff. Viel sind ja nicht mehr übrig. Nach einem Kampf werden alle Gruppenmitglieder vollständig geheilt, was ich relativ gut finde, wodurch mehrere aufeinanderfolgende Kämpfe vereinfacht werden. So, ähm, genau was ich noch sagen wollte. Es gibt keine Zufallskämpfe. Also das war ja, gerade bei Final Fantasy ja häufig, äh, im Fall von Square Enix Spielen, dass man Zufallskämpfe hat. Und in diesem Fall sind alle Gegner auf der Karte, so wie hier angezeigt. Das finde ich eigentlich auch nicht so schlecht. Something ist falsch. Ich habe nicht erwartet, dass ich das nicht erwartet habe. Bekommst du dich selbst! Das könnte jetzt herausfordernd werden. So, hier wird Moral angezeigt. Der rote und blaue Balken oben am Bildschirm ist die Moralanzeige. Sie misst deinen und des Gegners Kampfes willen. Wenn die Moral steigt, werden Angriffe effektiver und stärker. Fällt die Moral, dann wird die Abwehr schwächer und Verbände fügen weniger Schaden zu. Die Moral schwankt, abhängig von der Leistung beider Seiten im Kamm. Mach es dir zur Gewohnheit, die Moral deiner Gruppen im Auge zu behalten. Das habe ich ja schon mal erklärt. Ich wusste es, weil ich es bis dahin auch schon gespielt habe. So, anvisierter Verband? Fragezeichen LP, das heißt, es ist schon mal nicht so toll. Ähm, dann machen wir doch mal einen Angriff mit Kampfkünsten. Angriff, sie würde mit Teufelsband nehmen, okay. Machen wir doch mal. Aber er weicht aus. Das ist nicht so gut. Noch einen Angriff? Machen wir einen normalen Angriff. Aber wer treffen dieses Scheißvieh nicht? So, entfessle die Kraft des Talismans. Was ist das für eine Kraft? AP unbekannt. Und was es macht, ist auch unbekannt. Wer nimmt es einfach mal... Mehr können wir ja eh nicht machen. Ich würde sagen... Gesamtschaden 2275. Das ist doch mal nicht schlecht, oder? So, dein Talisman ist mehr als ein Anzeigungsverband, nachher alles. Huh? Mein König! Du hast nicht all diesen Weg gebracht, für mich. Bitte, accepte meine Entschuldigung. Verrückt dich sicher ist eine Entschuldigung. Und wer ist das? Er ist der Sonne von Dr. Sykes. Oh, ich verstehe. Ich bin Torgel, einer von Athelm's vier Generals. Unser Herr, der Marquis von Athelm, möchte seine Dank geben. Ich werde dich wissen, dass deine Aktionen meine Gratitud haben. Ich werde dich wissen, dass deine Aktionen gewonnen haben meine Gratitude. Wie für deine Frau, wenn die Menschen, die du suchen, entdecken in Dr. Dathelmian Territory, wir können nicht ein Blinde sehen. Ich werde dich mit Athelm. 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 Es ist gut, Torgel. Vielen Dank. Ich habe das Wartige Fliegen hier, aber ich habe keine Ahnung, wo ich weitergehen. Aber hey, wenn ich einen wichtigen Mann wie du mich zurückkehren, habe ich viel mehr zu beschäftigen. Das ist Ace! Der Name ist Rush. Rush Sykes. Wer bist du? Ich bin David Nassau, der Markei von Athlum. Du kannst mich als David addressieren. Natürlich, Dave. Wir kommen zurück und sehen, was die Tidigungen erwarten uns in Athlum. Alle Träume zurück in Athlum sofort. Ja, mein Herr. Komm schon, Dave. Los geht's. Du wirst! Du hast keine Manners? Das ist keine Art von der Markei von Athlum. Geh, was ist dein Problem? Er ist überraschendlich einfach. Würdest du sagen? Wir haben es noch nicht gesehen. Ja, auf jeden Fall ist er ziemlich unverschämt. Ob er absichtigt oder nicht, das weiß man noch nicht. So, eine stolze Stadt, eine stolze von David regierte Stadt, die am Rande von Sela Pailis liegt. Sie ist dafür bekannt, die erste Verteidigungslinie von Sela Pailis zu sein. Jetzt Betreter, betretbar Athlum. Gut, und hier würde ich sagen, machen wir auch einen kurzen Break und hören mit der zweiten Folge auf. Eine dritte wird es noch geben und das ist dann auch die letzte Folge. Dann sage ich mal, bis zur dritten Folge dann. Macht's gut und wir sehen uns. Tschüss!